Also ich bin an der bayerisch-thüringischen Grenze geboren und aufgewachsen. Und zwar in Ludwigstadt. Das ist die Nachbargemeinde von Probssella. Und die zwei Orte liegen genau an der Bahnstrecke Berlin-München. Bei uns war also zu Zeiten des Eisernen Vorhangs ein Loch in der deutsch-deutschen Grenze, nämlich die Eisenbahnschienen. Viele haben damals versucht, aus dem Osten über die Schienen zu fliehen. Denn einige haben es geschafft, andere haben beim Fluchtversuch ihr Leben lassen müssen. Aber Gott sei Dank ist das nun alles vorbei.